Schalke Das ist die Nummer 1 in meinem Leben und danach kommt dann sofort meine Frau. Aber das ist auch so abgeklärt, also ist das schon in Ordnung so. Das bedeutet ihm alles, ja. Und ohne Schalke geht es nicht. Ich glaube, dann würde er noch eher auf mich verzichten. Ja! 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 Ja!